Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu KOROS. Schön, dass ihr wieder eingeschüttet habt. Wir sind wieder unterwegs. So, und müssen wir mal los. Oh, das war nicht so geplant. Egal. So, wir wollten jetzt die Story-Mission fortführen. Weil wir für die einen im Nebennissen ja sowieso wieder in diesem Bereich müssen. Tor zur Freiheit, Mission. Was ist denn jetzt schon wieder los? Trefft euch mit der Freimiliz. Ja. Hä? Ich dachte, das ist der gelbe Marker. Nee, doch. Ist doch richtig. Warum hat er denn jetzt den Sublicht abgebrochen? Oh ja. Ist das hier nicht auch ein Totem? Nee. Ist nur ein Bohrer. Okay. Boah. Alter. Ich hab schon krachen sehen. Okay. So. So. Frei Miliz. Und dann fliege ich im Order mal hin. Ich weiß nicht warum er mich gerade aus dem Sublicht rausgeschmissen hat. Wer weiß das schon. So. Hallöchen. Sav. Rhi. Ich bin bereit. Ich weiß, dass du bist. Dann gehen wir weg. Dann gehen wir weg. Moor wird uns mit uns auf dem Weg. According zu deinen Enten, das Citadel ist noch nicht fertig. Wir haben einen EMP-packt Bait-Ship für ihre erste Reihe. Nara. Du solltest das Gap und verbrechen die Pylons für gut. Dann werden unsere Boarding-Teams überlegen. Das ist der Fall assault. Nara. Du solltest unsere Bait-Ship da sein. Es ist auf Autopilot und identifiziert als ein Träding-Vessel. Entstanden. Ich werde mein Best. Du solltest deine eigenen Ambitionen wiederholen? Oder wir kämpfen als eine? Wir werden es gemacht. Entstanden. Training Vessel 2744. Du bist in unabhängig Platz. Du und dein Escort müssen stoppen und zurückbleiben. Hold course, Forster. Training Vessel 2744 und Escort. Stop immediately, oder wir werden wir aufbauen. Last Warnung. Das ist unser Signal. Out, jetzt. Jetzt. Bring dich außer Reichweite das EMP-Angriff. Oh. War nicht so gut, oder? War zu nah dran. Und los. Um zu viel Maßnahmen nicht taus characteristic. Ein wichtiger Hinweis. lebt wesentlich schneller auf, das ist cool Gegen kleine Schiffe ist der Raketenwerfer aber nicht so sinnvoll Okay Alter was muss ich denn hier alles zerstören bitte Junge 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 viel zu tun hier Zeit bis zur Reaktivierung des Turms Äh was? Bitte was? Ich glaube ich habe gleich ein fettes Problem Äh nicht so geil Okay War ja wieder nicht so glorreich hier Ich habe nicht so viel Zeit Ich habe nicht so viel Zeit Ich gehe den ersten Hammer Wo ist der andere der da hinten oder was? Oder ist der hier? Okay Ne Hier ist falsch Stress Ein bisschen Stress Muss sein Dann kommt der Spaß von ganz allein Okay Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Äh da unten Okay haben wir Da sind die letzten Okay habe ich Eliminieren die Truppen Machen wir Okay 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 Do it, do it, do it, do it, do it Next Mightnmal ein bisschen hier meine Port benutzen Okay, haben wir. Komm, 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 komm. Haben wir. Ja, okay, noch was? Setzt Zirkeltruppen ab. Ja, müssen wir kaputt machen, habe ich gehört. Ja, das störe ich, ne, ist nicht so klar. Okay, das war einfach. Okay. Okay. Wir haben Zirkeltruppen. Äh, sind wir klein oder was? Target destroyed Okay, das mit diesen Run-Porten ist ja mega nice, ich kriege mich immer direkt dahinter Okay, haben wir Haben wir auch Nice Wording Team Kanara is clear to go. Repeat all teams go. All right, I'll keep the cult forces at bay Zerstörer Zirkeltruppen Haben wir Next please Next Ups, war ein Freund. Wo sind sie denn jetzt? Da ist was Da ist was Da ist was Oh ne Da muss noch was zum holen Team Kanara is here. We're facing heavy resistance. We're requesting immediate reinforcements now We launch with two more boarding team Alice Gucci Zerstörer Zirkeltruppen Mach ich Da ist noch so'n dicker Aperillo Okay Next, äh noch so'n dicker Huch Schon wieder meinen eigenen angewirten Okay, haben wir Ja Junge, 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 da ist noch einer Raketenwerfer Level 3 geil Kann ich den jetzt schon umbauen? Kurz mal gucken Achso, ne der ist einfach nur Hochgekommen, ne? Da können wir uns trotzdem mal kurz angucken Was der geschafft hat Ähm Da, 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 da Beherrschung, Gettling, Raketenwerfer Nachladegeschwindigkeit Nett Und Team Tirak ist reaching the Najara Citadel Another one We're in! Yeah, finally Okay The jump gate will be ours The last wave has landed Good work, everybody Sav, all cult ships down Perfect, Nara Come on Let's get to our new Citadel together Sav Nara, you were amazing out there I just wanted to Thank you You were a true hero, Nara You know, after this The people here They'd follow you anywhere No I mustn't lead Anyone Anymore Too many gave their lives today Yes, and we will mourn them But now We can finally reopen our gate to the rest of the galaxy Come and see for yourself Maybe later Maybe later I'll go to the Hangar Bucht Yeah, Hangar always like that I don't know Welcome to cult free space people I'm Sav Chief of the Enclave Head over to the Citadel Land, get some rest You'll need it Chief, we have a situation Unauthorized ships coming through Control, shut it down Negative Chief, they're using a master code to override our access It's a cult code Deploy the turrets Call in the militia Code red, we are under attack All combat personnel scramble Rally at the gate immediately All combat vessels scramble We have the cult incoming All combat vessels scramble Sav, I'm coming What's the status? Status is code red Cult forces have broken through We'll hold tight and protect the civilians I could use some serious backup, Nara On my way, Sav No heroics, my friend Today is your cleansing Burn them all In chorus Not on my watch Fire at will Won't hurt them Not while I'm here For the Arctic No, Sav, get out of there Damn it, Sav, hold on Do you hear me, Sav? Get out of there! His life support is failing The Sage has no choice He must finish him The loss of a system must be punished Love you, Reed For Sav I don't know what he's doing I don't know what he's doing What a shit You stupid I'll take the first to the ground An elder ship serving heretics? What are you? A defector or a thief? I am your death Impact! How old is this thing out? Death is imminent Keep going Burn them all Will not Stop Hit them hard What are you doing? Jetzt wird es aber eklig. Verdammt! Kommt, man kann Zwischensequenzen pausieren. Ist ja cool. Komm, komm, komm. Jäger. IMPACT! Damage confirmed. Alter, der ist echt hart. Der ist gar nicht so leicht, wie er aussieht. Okay. Naja. Du bist da. Hier bin ich auf Sack, ihr kleinen Penner. Inevitable. Get down. Go for the kill. Bin ja dabei. Ja, immer dein Versil. Alter. Sehr gut, Heilung. Da ist noch ein richtiger Bosskampf hier. Ein paar kleine Minions hier wegmachen. So, dann kommst du mir nicht mehr. Das ist alles. Nein, 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 nein. Hey. Hey, nein, nein, Mann, ich hatte ihn doch fast. Oooooohhh. Gar nicht so einfach. Okay, also wenn er da seinen komischen Laserstrahl macht, muss ich mich schnellstens verpisseln. Ich hab noch ein bisschen was. So, so kriegst du mich nicht mehr. So vergessen. Ich hab dich jetzt durchschauen. Los, komm. Ja. Löder Penner. Seve hat hoffentlich noch überlebt. Irgendwie. Irgendwo. So. Amarok System. Irgendwo. Irgendwann. Be safe. Sav trusted you. Und ich trust you. Goodbye, Nara. Ich gehe nach Sav's Platz, dann. Es ist fast Zeit für seine annualen Besuch. Zu der Artok-Wreckage. Es ist eine gute Tradition. Nara, raus. Der Arme ist Sav, ey. Oh man. Aber so ein guter Freund von Nara. Schade, schade, schade. Heimkilere. These are often. Hm? Ich möchte jetzt eigentlich gucken, ob es hier noch einen Hangar gibt. Hier. Ah. Gucken wir, ob es jetzt etwas besseres gibt. Oh, wahrscheinlich nicht. Peakslaver. Okay, nehmen wir. Das ist viel, viel besser. Göttling, haben wir noch nichts Neues. Schiffsstruktur. Wimmsfragment. Können wir upgraden. Okay, Schild können wir auch upgraden. Nett, nett. Oh, nochmal. Sehr schön. 50% mehr Schild dazu. So, Göttling hatten wir nicht. Raketenwerfer. Clusterballer. Erfolge, äh, fortgeschrittlicher Javelin Raketenwerfer. Cluster Artillerieeinheit. Weist eine großen Schadensradius auf, wodurch er sich perfekt für das Abschießen von Feuersalzen eignet. Nett. Nett. Ja, der hat schon eine geile Nachleidegeschwindigkeit, aber der hier macht wesentlich mehr Schaden. Ist gekauft. Ist gekauft. Hier irgendwas Neues. Äh, WD. Okay. Der Schild ist regeneriert von 12% schneller. Die Zeitspanne. Bis der Schild generatet. Äh, okay. Ist natürlich auch nicht schlecht. 12% schneller. Bildregeneration. Nehm ich. Ähm, Laserverstärker. Abgeschossene Raketenversorgung. Okay. Hier haben wir nichts Neues. Hier auch nicht. Okay. Jetzt schaue ich mir nochmal schnell den, ähm, Raketenwerfer an. Laster hört sich nett an. Okay, nice. Nett, nett, nett. Aber er kann halt nicht so lange aufladen, ne? Das ist schade. Cool, cool, cool. Das ist doch ein Screenshot wert, oder? Aber sowas von. Screenshot. Alles klar. In diesem Bild verabschiede ich mich auch von euch. Ich danke euch wie immer recht herzlichst fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderhübschen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr Lust habt. Danke euch. Haut da rein.